Warum eine Kirche? Wegen der Stabilität ihrer Mauern? Oder weil Millers Kämpfer glauben, dass sie dort besser beschützt sind? Besser als überall anders? Es ist seltsam, dass selbst jene, die fest auf beiden Beinen stehen, dem Tod ins Auge blicken und allem Anschein nach so ziemlich daran gewöhnt sind, trotzdem noch den Schutz des Himmels suchen. Ranger sprechen nicht davon, aber ich habe gesehen, dass viele von ihnen Kruzifixe unter der Kleidung tragen. Ich habe auch gehört, wie jemand sagte, dass die Welt nach der Apokalypse umgestülpt wurde. Dass die Hölle nun im Himmel ist und die Menschen nun da Zuflucht suchen, wo zuvor die Hölle war. Deshalb gibt es an der Oberfläche vermutlich keinen besseren Schutz als die alten Kirchen. Ich verstehe nicht viel davon, aber diese Ikonen und Fresken, die die Kirchenwände zieren, rufen selbst in mir eine Art Ruhe hervor. Als wenn wir, die Sünder, die die von Gottes Hand geschaffene Welt zerstörten, noch immer auf Absolution hoffen dürfen, noch immer um Rettung beten können. So, wir sind Gott sei Dank irgendwo in irgendeiner Station angekommen. Ich mache, also ich gehe jetzt erstmal in die Kirche und mache drei Kreuze mindestens und bete fünf Vaterunser und irgendwie was anderes. Ja, schönen guten Tag. Ja, gut. Dann gib mir mal hier, dann gib mal einfach alles her. Gib einfach alles, was du hast. Alles klar. Ja. Ah, guck mal hier. Anpassen. Wie viel haben wir denn? Wie viele Patronen? IR Zieloptik. Was ist denn das da? Ist das ein Shotgun oder was ist das? Warte mal. Mal passen wir mal die hier an. Zieloptik 2. Nein. Die IR Zieloptik machen wir lieber da drauf. So. Lauf. Verschiedenes. Laservisier. So. Und die hier passen wir auch noch an. Zieloptik. Zweifach. Ne. IR zweifach. Hm. Machen wir mal ein Reflexvisier drauf. Lauf. Ist drauf. Großes Magazin. Laservisier. Ja, ist doch alles. Und hier anpassen. Das ist dann die Shotgun oder was? Äh. Reflexvisier. Verlängerter. Verlängerter Lauf. So. Und ein Laservisier. Okay. Ich glaube so lassen wir das erstmal. So. So. Was macht er denn hier? Hallo. Schönen guten Tag. Mein Gott. Äh. Will ich gar nicht sehen. Ich will nur hier hoch gucken und beten. Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Abschied. Im Moment. Was macht ihr? Ein Geistes? Ach. Nein. Versuch ein. Es kniffligen. Was braucht ihr in der Berge? Ach. 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 Ja, dann, auf Wiedersehen. Ich lese hier noch ein bisschen. Kahn, ich schulde ihm alles. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich jetzt in diesem Tunnel mit den Anomalien verrotten. Ohne ihn hätte ich die Bibliothek niemals erreicht. Wenn er nicht gewesen wäre, würde Miller mir niemals Beachtung schenken. Ich weiß wirklich nicht, welche Sorte Mann er ist. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt ein Mensch ist. Ja, Hunter hat mich auf diesen Weg geschickt, aber Kahn ist derjenige, der ihn mit mir geht. Es ist seltsam, aber selbst Millers Untergebene, die keine andere Autorität als die ihres Oberstes anerkennen, achten diesen wandernden Philosophen und glauben an ihn. Er besitzt eine geheimnisvolle Macht über andere Menschenseelen. Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal treffen. Ich habe zu viele Fragen, die mir sonst niemand beantworten kann. So, dann, äh, du guckst da noch eine Weile gegen die Wand. Ich gehe in der Zeit mal. Tschüss. Okay, 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 okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. Well, that's our destination then. Tja, der Weg ist das Ziel. Klar. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen denen einfach mal nach. Tschüss, Kahn. Schönen Gruß an Oliver. So. Ich dachte immer, die Ranger machen alles im Laufschritt. Wir kommen ja überhaupt nicht aus dem Quark hier. So, dann gehen wir denen mal nach, hä? Ähm, ähm... Es ist der alte Kirche-Tungeon. Okay. Das alte Verlies der Kirche. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Oh. So, closer now. According to the map, there are several ways of reaching D6. Now, the closest one is through the facilities near Kiewska. Okay, we try the airport. Kiewska? We've heard strange things about that station. There was an explosion in the tunnel and lots of people were buried alive. Our rumor has it they survived, but no longer is there one humans. Was war das denn gerade? Und du? Was denn jetzt passiert? Was? Was? Artyom! 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 Was war das gerade? Artyom! 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 Was los, fahr die Kiste hier raus. Das ist nicht gut. Ich will nicht, dass ich da jetzt nicht sein würde. Ok, lass uns uns zusammenkommen. Es ist eine lange Straße vor. Ok, Leute, das ist die Tür, die zu D6 führt. Was ist das? Die Kiste. Er ist hier drin. Ok, geh an. Katakomben. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Was ist das? Alles klar. Wir haben durchgebrochen. Lass uns das schnell und schnell machen. Rollmann, Sie sind in charge of the Assault King. Boris und Stefan, Sie haben den Komedian. Artyom, Vladimir, bleib bei mir. Ok, Leute, lass uns das. Was ist das? Hey, warte auf, Karanon. Wie geht es um zu sitzen und einen Schmuck zu haben? Wir sind viel zu nervös. Es ist kein Rest für die Schmerzen, wie Sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten. Großes Wettbewerb. Großes Wettbewerb? Ich bin irgendwie nicht zu enttäuschig, über meinen Markt in der Geschichte. Ok, wir sollen ja hier bei ihm bleiben. Machen wir auch mal Musik an. Oh, schau an das. Niemand mag das Skeleton hier. Hey, wie geht es dir als Memento? Holmann, genug von den Jorgen, blöd. Wollt ihr besser durchsuchen, das Skelett? Was ist das? Ja, mein Marshal. Wie sagst du, mein General? Hier geht die Schalter hier um. Hm. Machen wir das mal. Da ist noch eine Tür hinter uns. Geht nix. Tja, würde ich sagen, Schauen wir uns mal kurz hier um. Ich weiß, da links geht die Tür auf. Ich will nur mal gerade hier gucken. Ob hier noch irgendwas anderes ist. Ja, mach ich. Oh. Immer müssen wir. Oh. 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 Wozu ist denn jetzt... Ach, guck mal, was da steht. Okay, können wir nichts mehr von mitnehmen. Geht immer noch nicht. Wir haben Schlüssel gefunden und sonst aber... Ah, guck mal da. Guck mal da oben rein. Ach, hier. So, eine Runde pumpen. Das klingt gut. Das klingt nach einem Plan. Ja, zum Beispiel das, was da oben aus diesen Schächten gekrochen kommen kann. Oh, falsch. Oh, klar. Look here. Offense is the best defense. Vladimir, stay with Abtun. You both, stay back. Okay, let's go. Oh, Carla. I can't fight in such an environment. It stinks so much. I lost the scent to smell. Oldman, I wish you lose the bad jokes, please. So, einen neuen Eintrag. Alles scheint gut zu laufen. Bullman macht weiter seine Scherze. Miller droht ihm weiterhin mit zusätzlicher Dienstzeit. Das Ziel ist nahe und nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Wir gewinnen jede Begegnung. Hunter hatte recht, als er sagte, dass es niemals ein schrecklicheres Raubtier als den Menschen auf der Erde gab und geben wird. Hier sind wir! Oh, auf geht's! Oh, auf geht's! A glass of moonshine for each North-Southis. How about that, Coronel? To hell with you, Blin. I'm not a comedian. Stop laughing, Blin! Oh, shit. Another one! Can't die twice anyway! Forward! For the motherland! For dying of all names! Well, shut up. We're gonna make it. To the left! I do not need to be caught in it. He killed me. He killed me. I do not need to remove the enemy easily. I am not a man! äh panda 5645 vielen dank fürs folgen ich konnte leider gerade nicht vorher darauf eingehen und wie so was michael hier so was soll ich machen hoch